Oh nein, jetzt schlitter ich doch hier wieder direkt in einen Kampf rein. Ja, hi. Okay. Weg mit dir. Ich schieße mich einfach ab aus der Ferne. Ist klar. Oh, ich wollte eigentlich keine alte Magie machen. Aber okay. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen. Tops. Och, Amatops. Ja, ja, ich sehe euch, ja. Ich sehe euch doch. Gibt es eigentlich bei diesem Spiel einen Arachnophobie-Mode? Das können doch Leute sonst gar nicht spielen. Die Arachnophobie. Oh. Die war doch noch gar nicht dran. Die alte war doch noch gar nicht dran. Okay, ich soll ihren Kopf vergraben. Au. Und wer? Und wer? Oh, du Kackvieh. Okay, okay. Holy shit, Alter. Wieso klappt das nicht? Wann soll ich ihren Kopf vergraben? In Cendio. Welch Moment? Oh nein. Jetzt wird sie mich gleich fertig machen. Oh Gott, das ist so widerlich. Akromantula. Ist es streng genommen? Keine Spinne? Okay. Was unglaublich aggressiv ist und seine mächtigen Angriff Schildshaber durchbrechen können, ist es für seine Ziele am besten auszureichen. Ja. Wenn sie sich aufbäumt, reiße sie nach unten, um sie zu überrumpeln. Okay. Geduld und Beharrlichkeit können zum Sieg führen. Ja, wundervoll. Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Nervt mich nicht. Oha, der falsche Zauber. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich hab's gemacht. Ohne Scheiß, ich hab's gemacht. Ja, genau. Genau. Ich hasse sie sehr. Holy fuck, Alter. Wieso kann ich eigentlich bei ihr keinen alten Magieangriff machen? Was ist denn das? Oh Gott. Nein, ist drauf. Ich hab einfach überhaupt gar keine Zeit hier, um zu reagieren. Die ist immer direkt in meinem Gesicht. Bitte, geh doch weg. Diese Descendo-Scheiße funktioniert jetzt auch überhaupt nicht. Oh, bitte. Das reicht mir jetzt mal mit dir. Oh Gott. Okay, halt, stopp. Wir müssen hier mal was anderes machen. Okay. Einfach absolute Panik gerade. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade tut. Sie holt wieder Leute dazu, offensichtlich. Lass mich doch ausweichen, du blöde Hure. Oh Gott, Entschuldigung. Komm, die ganzen Schimpfwörter jetzt raus. Weil die so furchtbar ist. Nein. Okay. Donnergebräu hat offensichtlich geregelt, Alter. Das hätte ich mal direkt machen sollen. Dezent, riesig. Heißt das, ich muss noch so eine kaputt machen? In der anderen Quest? Ich weiß nicht, es fühlt sich alles gerade ganz eklig an. Ich bin immer noch in Schockstarre. Was? Ähm. Ich glaube, ich werde ein paar Therapie-Sitzungen brauchen, um das gerade zu verarbeiten, was ich erlebt habe. Oh. Na toll. Mein Gesicht muss ja super ausgesehen haben in dem Moment, als die Spinne kam. Wer macht denn da die ganze Zeit jetzt Geräusche? Ist hier irgendwo Tops? Ein Spinnweben verschnürt oder so? Wahrscheinlich. Ich bin ja einfach nur durch für heute. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Ist jetzt aber nicht tot. Nein. Jetzt ist er auch noch tot. Lass mich verarschen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. Das ist die schlimmste Quest bisher. Oh Gott. Oh Gott. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach. Schläfrig. Tops muss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin absolut traumatisiert. Ich komme nicht mehr klar mit dem. Was ist das? Was ist das hier? Und wie komme ich jetzt an diese eine Stelle dran, die da über mir drüber war? Oh Gott. Vielleicht nie mehr. Ach Gott. Wo bin ich denn jetzt? Und wo muss ich hin? Was ist das? Wahrscheinlich da lang. Ich weiß nicht. Oh, okay, hier war noch was. Nee, ihr könnt mich jetzt alle mal, ihr kleinen Spinnen, ich... Oh. Wir sollten dann erst nächste Begegnung da werden, mit der anderen Akromantula. Was ist das hier? Ich dachte, hier geht's weiter, aber auf jeden Fall nicht. Soll ich hier überhaupt irgendwo einen Ausgang finden, oder... ...verwirrt. Moment, vielleicht hier einfach doch nochmal durch. Ja, ich glaub, hier werde ich durchgesollt. Das war doch am Eingang, ne? Ja! Das war doch ein lustiger Ausflug. Ist Diek auch hier? Ah nein, Diek ist nicht hier. Ja gut. Das geben wir dann wohl später ab. Fleckenentfernung. Da ist nämlich die... Ich muss die Höhle des Flüchtigen finden. Das wird ja dann bestimmt noch eine viel stärkere Akromantula sein. Das ist doch wundervoll. So, wir sammeln ein paar Bobo-Tubler erstmal zur Entspannung, würde ich sagen. Ich könnte mir noch kurz ein Mondkalb fangen. Einfach nur, damit wir die Herausforderung erledigt haben. Ist hier ein Mondkalb? Oh. Scheinbar nicht... Die scheinen hier nicht unbedingt immer zu respawnen oder sowas. Schade. Ach, Blutegel. Ich hab eigentlich sowieso gerade genug von euch. Ich sehe ein Drachen-Skelett. Sind die Bobo-Tubler da drinnen? Im Troll-Versteck. Oder wie? Ich glaube, ja. Das hat sie wohl einfach vergessen zu erwähnen. Das hat sie einfach... Das hat sie wohl einfach vergessen zu erwähnen. Ich hasse... Ich hasse alle Menschen hier. Das hat sich gereimt. Warte... Welches Zauberer-Set... Äh, Zauber-Set... Achso, ja, am ehesten das hier. Oh, da ist noch was Explosives. Wunderbar. Jawohl. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wo sind jetzt die Bobo-Tubler? Ach, weiter hier in der Höhle wahrscheinlich. Oh, das riecht grauenhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Okay. Okay, okay. 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 Die sind gar nicht so leicht zu sehen. Tatsächlich. Aber da scheinen noch mehr zu sein. Ja, vielleicht auch. Das ist ja alles wundervoll hier. Ich liebe es heute. Die kämpfen gegen den Troll. Okay. Dann sammle ich mal kurz hier ein. Ach, da. Das sollte reichen. Ich gehe besser zu Sakharista zurück. Ja gut. Jetzt, warum wir schon mal hier sind gerade. Ich hoffe, dass die auch erst mal mit dem Troll beschäftigt sind und nicht mit mir. Hallo? Kannst du mal Redukto machen? Also, die Gegner sind heute alle bekloppt, ne? Ja, wenn du nicht willst. Mensch. Ist ja wohl nicht wahr alles hier. Was hatten die hier vor? Oh, damit haben wir die Bubutruppler. Auch schön. Hm. Ist alles so entspannt, ne? Jetzt wollen wir doch... Ja, zur nächsten Riesen-Spinne. Ich... Ich freue mich, aber vielleicht kann die ja reden. So wie Aragog hier. Ich kann die ja was... Soll ich da zu Fuß hin? Liegen ist ja auch gar nicht immer so einfach jetzt hier. Na wohl. Oben war doch auch noch etwas. Oben drauf, oder nicht? Okay, aber wenn wir dann gegen die kämpfen, die nächste wieder, dann... Dann, äh... Muss ich daran denken, wieder einfach alle Tränke einzusetzen, dann sollte das hinhauen. Wenn ich überlebt habe, ist ja tatsächlich... Überraschenderweise... Wo ist denn das, was hier eben... ...verbelinkt hatte? Oder war das einfach nur noch... Da ist das doch... Ich dachte, das wäre vielleicht noch ein Bubutruppler gewesen. Was ist das? Das ist ja sehr merkwürdig. Vielleicht nicht für jetzt. Wer weiß. Was ist denn noch am Leben? Offenbar nicht. Nein. Ich muss hier irgendwie runter. Okay. Ähm... Da habe ich mich jetzt wohl gerade in eine etwas ungünstige Lage gebracht. Das war... Das war... Scheiße. Oh nein, ich kann auch nicht rausfliegen gerade. Okay, scheiße. Ähm... Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mir funktioniert gerade überhaupt nichts. Keine Taste, gar nichts. Ach, was ist denn das so buggy heute? Ich kann... Ich kann wirklich gerade kein Escape drücken. Gar nichts. Und nicht auch auf die Map. Das funktioniert. Aber ansonsten funktioniert gerade nichts. Ach, Spiel! Warum tust du mir so eine Scheiße an hier? Ähm... Raustappen und reintappen bringt wahrscheinlich auch nichts. Ausweichen geht auch nicht. Dass mich noch nicht mal Escape drücken kann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, ich muss das Spiel so beenden. Und dann schauen... Wo er zuletzt gespeichert hat. Ach, scheiße. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ach, da bin ich wieder. Ich bin jetzt... Ich muss den älteren Spielstand laden. Weil wenn man den aktuellen fortgeführt hat... Äh... Bin ich tatsächlich genau an der gleichen Stelle gewesen. Wo ich festhing. Ja, ja. Und... Ähm... Konnte dann wieder nichts drücken. Kein Escape. Gar nichts. Und deshalb musste ich... Äh... Den Spielstand von ein paar Minuten vorher laden. Wo er zum Glück auch automatisch gespeichert hatte. Äh... Also so... Einen Bug hatte ich tatsächlich noch nicht. Dass ich so krass festhing. Ich musste... Nämlich dann das Spiel auch... Jedes Mal über den Taskmanager beenden. Das ging sonst einfach nichts. Äh... Ja gut. Ich hätte zwar jetzt gerne nochmal die besiegt. Aber was soll's. Der Troll scheint nicht mehr da zu sein. Dann schauen wir doch jetzt nochmal... Dass wir hier hinkommen und... Äh... Werden nicht dumm irgendwo runterspringen. Definitiv nicht. Damit das nicht nochmal passiert. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Mhm. Das war meine bisher beste Entscheidung. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo... Reveilio. Diese Sachen waren hier, die ich aufgeräumt hatte... Äh... Eingesammelt hatte. Aber... Okay. Jetzt sind auf einmal auch Leute da. Das ist... Interessant. Wie sich das alles ändert. Ist sehr interessant. Ah... Okay. Mir fehlt mein... Eine Disillusionierung. Die fehlt mir gerade ein wenig. So. Zum Glück speichert das Spiel ja doch sehr oft. Schade. Ich hab deine anderen Freunde ein bisschen kaputt gemacht. Schluss mit der Wilderei. Was hiermit ist, weiß ich immer noch nicht. Befindung! Sehr merkwürdig. So. Wie kommen wir jetzt sicher hier runter? Wir, äh... Folgen hier dem Weg. Also, ich muss hier rein. Offenbar. Da, wo die ganzen anderen Spinnen sind. Da gibt es denn keinen guten Weg hinunter. Ich will nicht schon wieder irgendwo festhängen. Äh... Okay. Hier sahen auch schon mal besser aus. Rebellion. War ich hier nicht schon mal? Doch, das war doch ein Ort der alten Magie, wenn ich mich richtig erinnere. Nur scheinbar habe ich einen Sack übersehen. Naja. Ach. Kannst los. Oh, hi. Zintauchen. Wieso hat sie nichts mit denen gemacht? Äh... Oh, okay. Sag mal, wohin führt mich eigentlich... Die Spur, führt die mich überhaupt richtig, oder? Ah ja, doch. Doch, theoretisch schon. Hier quasi einmal rum. Na toll. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Schade. Nein, nicht Rebellio. Was war das denn? Nicht verreichen. Nein, nicht verreichen. Du, einige dieser Zauberer waren meine... Expelliarmus! Expelliarmus! Lass mich nicht... Oh! Idioso! Schade. Danke. Ich weiß nicht, wie man die mit Super treffen soll, wenn die einfach nie einen ablockbaren Zauber wirken. So. Kann ich denn jetzt nicht einfach hier runter? Doch, kann ich doch, oder? Ohne, dass ich festhänge, hoffe ich. Mann, 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 ey.